hallo hallo schönen guten tag wer ist denn da mein name und ich kontaktiere sie von der firma shop online bezüglich der frage die mit namen marian hitler für das produkte ja ja genau das bin ich danke dass sie so schnell anrufen kein problem also das produkt habe für ihnen selbst ja ja sehr gut und und wie alt sind sie bitte in 27 27 27 ja ja 27 72 ein bisschen sehr alt ja okay ja ein moment bitte ja okay also und welche beschwerenden haben sie was sind die grundlegende symptome naja es ist ja ein mittel für blasenentzündung wenn ich das richtig verstanden habe okay ja also welche beschwerend haben sie ich scheint da grundlegenden problemen mit zu haben also ich gehe ich gehe sehr gerne joggen und und die blasen die ich dann an den die ich dann halt immer kriege von den neuen sportschuhen die entzünden sich immer dann tut das wenn ich auf die toilette gehe auch immer sehr weh und nach dem blasen habe ich auch immer eine entzündung im mund ich habe ja erst die 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 hygiene von meinem partner so in in verdacht gehabt aber ist es auch bei anderen ich habe das ausprobiert und deswegen dachte ich muss jetzt unbedingt mal mit einem fachmann sprechen was man da machen kann okay können sie mir da helfen und ja ja und wie lange besteht ja wie lange besteht dieses problem und dass das kommt immer darauf an also wenn ich sage ich mal richtig schön im wald unterwegs war dann dann ist das schon so mal drei vier tage wo das richtig richtig wehtut und nach dem blasen immer kommt halt darauf an ob das auf der auf der auf dem disco klo war oder bei einem festival im zelt das hält immer unterschiedlich lang okay und seit wann hat diese probleme angefangen zu ihnen zu wehren das ging so so nach corona los vielleicht bin ich einfach zu lange mit nichts konfrontiert gewesen da gibt es diese theorie weil man sich ja immer von allen menschen fern gehalten hat dass man jetzt leichter krank wird aber meine güte deswegen will ich doch nicht auf sakisaki 5 dollar verzichten da verdiene ich doch mein geld mit aber es bringt ja nichts wenn das hinterher immer wehtut ja immer wehtut ja ja das ist nicht toll leider leider ja leider also und du hörst dich ja nett an ich würde dir auch mal die dienste anbieten aber ich glaube ich habe jetzt noch ein paar tage damit zu kämpfen ja ja also ja welches problem müssen sie mit hilfe von diesem mittel zu lösen welche ergebnisse erwarten sie naja dass es nicht mehr wehtut vorher hinterher und währenddessen ok möchte gerne wieder schmerzfrei leben und und mich entspannt auf den tag und freuen und halt meiner freizeitbeschäftigung und arbeit nachgehen können ja ich liebe ja eigentlich eigentlich ist ja mein mein lebensmotto anlauf statt gleitgel aber so funktioniert das halt nicht das ist überhaupt nicht denkbar ja es geht nicht mit ihr von dem nein nein es geht nee das geht überhaupt nicht eine lösung ja wir müssen eine lösung zu finden und darum wir sind hier ihnen zu helfen also jetzt ich will präsentieren über mehr diese produkte nochmal was wollen sie machen ich muss mal bitte ein bisschen langsamer sprechen das ist nicht zu verstehen ok das ist meine nachteile weil ich spreche ein bisschen schnell ja deswegen sage ich ja das ist ich möchte das ja verstehen können ich führe ihnen das ich will meine dass ich will geben meine beste mit ihnen zu sprechen und äh wollen wir ihr bestes stück geben ja ja also wie lange ist er wenn er hart ist jetzt ich will präsentieren wie bitte ich habe gefragt wie lang ist er wenn er hart ist wie lange ist was wie lange dauert es bis das medikament wirkt ah ok es ist so richtig hart ok ich ja 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 ich habe verstanden also haben sie nur etwas geduld ich will ihnen erklären alles was sie brauchen ok nur haben etwas geduld ja vielen dank für ihre aufmerksamkeit ok ich danke ihnen ich meine eigentlich müsste man Geld dafür kriegen wenn man sich diesen Kram von mir anhört aber ja ist halt nun mal nicht so ne der Fuchs rennt anders in den Wald als man sich das wünscht ok kann ich das Mittel eigentlich auch bei den Hauskatzen einsetzen die scheinen immer starke Schmerzen beim Urinieren zu haben ok also ich möchte anmerken dass der Inhalt der Komplexe nur natürliche Kompetenzen höchste Qualität enthält ich habe kein Wort verstanden was wollen sie mir sagen ich ich erkläre die Produkt die Produkt ja ich präsentiere die Produkt welche sind die Vorteile also was sind denn die Vorteile ja ich will erklären alles aber bitte langsam sonst versteht man das nicht ok ok ganz mit der Ruhe ich möchte anmerken ich möchte anmerken ich möchte anmerken ich möchte anmerken dass der Inhalt der Komplexe nur natürliche Kompetenzen höchste Qualität enthält was die Freiheit von Nebenwirkungen garantiert ach so die Einzigartigkeit des Präparats besteht darin dass die biogene natürliche Formel von Syrstonete über eine volle Lustlichkeit eine was? eine Herzliche Lustigkeit verfügt eine Herzliche Lustigkeit? eine Herzliche Lustigkeit? die habe ich immer was war das für ein Wort? ja und ja Herzliche Lustigkeit? ja hören Sie mich nur am Ende dann wird alles verstanden bitte oh toll bitte Dankeschön haben Sie eine Packung von dem Zeug im Mund während Sie sprechen? wie bitte? ich habe gefragt ob Sie eine Packung von den Medikamenten im Mund haben während Sie das vorlesen ich habe es überhaupt nicht verstanden kann man das irgendwo auch lesen? ja bitte also hier ich gebe meine Beste mit Ihnen zu sprechen und ach so das ist schon das Beste? das tut mir echt leid nein ich mache mich nicht lustig ich möchte verstehen es geht ja um Medikament und Sie lesen das so komisch vor dass ich das gar nicht verstehen kann ja das ist gar nicht komisch und Sie haben nur wenig Geduld und bitte haben etwas Geduld und ich will Ihnen erklären sofort die Produkte ja alles was Sie brauchen zu wissen ja aber ich habe ja eine Blasenentzündung das tut halt weh ne ich habe nicht so viel Zeit ich brauche das ja ja es geht nicht so lange es geht nicht so lange wenn Sie alles von mich hören und werden Sie alles komplett verstanden weil Sie Sie haben nur wenig Geduld mich zu hören und das ist der Grund warum so bitte was ist wieder reiner Schuld sind immer die anderen gut dann pulle ich jetzt in den Mülleimer während du das erzählst ich höre zu okay vielen Dank also ich soll ich von Anfang äh erklären oder nein ja bitte unbedingt okay 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 ich möchte anmerken dass der Inhalt des Komplexes nur natürliche kompetente höchste Qualität enthält was die Freiheit von Nebenwirkungen garantiert die einzige Einzigartigkeit des Präparats besteht darin dass die biogenen natürliche Formel von äh über eine volle Lütlichkeit eine Zellflüssigkeit verfügt darunter auch im Blut was so eine Tag wer ist denn da äh äh Savalio ist mein Name und äh wo sind die Frauen welche ich habe mit Ihnen früher gesprochen bitte was war die Frage Sie suchen meine Frau ja welches ich habe mit Ihnen äh früher gesprochen jetzt gerade eben ja ja gut dann muss ich gerade mal gucken wo meine Frau hingelaufen ist ich bin ich kann ja bin ja nicht mehr so schnell zu Fuß ne ich muss gerade mal gucken stellen Sie sich mal vor da hatte die heute hat die heute morgen zu mir doch tatsächlich äh pädophil gesagt und dann sage ich das ist ein ganz schön großes Wort für eine Neunjährige und dann war sie auch wieder still jetzt muss ich nur mal gucken wo sie hingelaufen ist warten Sie mal da ist sie Schatz halt komm mal her hier da ist äh da ist der Mann von der Apotheke Hallo 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 schönen guten Tag Ja Sie haben einfach aufgelegt Sind Sie Marianne Hitzler bitte? Ja natürlich wir haben doch gerade telefoniert Ja genau und äh sollen wir anfangen äh oder nein? Ja äh das Gespräch wurde ja unterbrochen als Sie gerade vorgelesen haben kam da denn noch was wichtiges für mich? Ja ich weiß jetzt nicht was hat mir passiert aber ich will alles erklären von Anfang Ja das war bestimmt ein Fall von Telefon aus der Hand Falleritis da gibt es auch Medikamente gegen Ja ich weiß nicht was hat passiert also ähm soll ich von Anfang erklären ja? Ja unbedingt das Telefon war ja weg Okay ich möchte anmerken dass äh der Inhalte komplexes nur natürliche kompetente höchste Qualität enthält was die Freiheit von Nebenwirkungen garantiert und äh die Einzigartigkeit des Präparats besteht darin dass äh die biogenen natürliche Formel von äh die Zytonite über eine volle Lütlichkeit und Zellflüssigkeit verfügt darunter auch im Blut was zu einer 100% also Präparation und aktiviert Wirkung unmittelbar auf die Ursachen der Erkrankungen äh äh führt diese Technologie die auch als gezielte äh Zuführung von medizinischen Wirkstoffen zur Entzündung bekannt ist ermöglicht es die Zytonite gleich im Frühfrühstück Okay verstanden bis jetzt? Ja ich hab das verstanden du erinnerst mich vielleicht kennt jemand den Film der Medikus das ist im Mittelalter so ein Typ der fährt mit so einem Wagen durch die Stadt und verkauft den Leuten dann getrocknete Pferdekacke für Goldstücke so einer bist du auch Ich freu mich vielen Dank Okay äh soll ich weitermachen? Ja klar unbedingt ich brauche auch noch Tränen der Jungfrau und Fingernägel vom Erzengel Gabriel Also befreie schnell von ähm also wie ich habe gesagt die äh Zytonite gleich in fünf Richtungen weckt Befreie schnell von Entzündungsschmerzen und erschwertem Wasserlassen effektiv unter Druck unterdrückt und vernichtet der krankenheitserreger Stärkt die allgemeine und lokale Immunität Trägt zur Aufrichtung und Haltung einer normalen Funktion der Nieren und der Harnwege bei und reduziert erheblich das Risiko eines Rückfalls Habe ich sie gerade richtig verstanden? Das Medikament trägt zur Erhaltung der Harnwege bei Ja also das trägt Ja das ist ganz wichtig Wir haben ja Wir haben ja einen Hühnerstall hinten im Garten Da ist es ganz wichtig dass die Harnwege auch aufrecht erhalten werden sonst kommen die sich ja gegenseitig ins Gehege Da kommt der Spruch übrigens her Ja falls sich einer der Zuschauer das fragt Wie viel kostet das eigentlich? Ja also wir kommen Schritt bei Schritt an diesen Punkt Also wir sind im Punkt zu präsentieren dieses Produkt und wir kommen auch bei dem Preis wie viel kostet Bitte nur etwas Geduld haben Bitte? Okay Also ich bin überzeugt Sie werden diese angenehme sehr einfache und willsame Art einer Blasenentzündung loszuwerden sofort zu schätzen wissen und die Schmerzen und die Beschwerden für immer vergessen Das hast du sehr schön vorgelesen Fünf Punkte für Hufflepuff Wie bitte? Ich habe gesagt fünf Punkte für Hufflepuff Fünf Punkte ich habe gepasst? Nein Fünf Punkte für Hufflepuff Fünf Punkte für Hufflepuff Fünf Bonus Points für Hufflepuff Okay Also ja ich habe verstanden Okay Also sammeln Sie Ihr Problem um dieses Ergebnis für eine lange Zeit beizubehalten und die Sprecher festzubekommen Bitte? Ich habe gerade mit meinem Mann ist gerade hier Sprechen Sie ruhig weiter Okay Okay Die erste Phase werden Sie die ersten Resultate Schauen Wie Ihr Problem normalisiert wird Was ist mit dem Panzer? Die erste Phase Die erste Phase Also die erste Phase der Offensive Aber da wollen Sie dann bestimmt mit meinem Großvater sprechen, oder? Warum Sie müssen mit Ihrem Großvater sprechen? Wegen der Offensive Wegen der ersten Phase Das muss ja alles Ich bin ja nur Ich bin ja nur die Eva Bitte Ich möchte seriös mit Ihnen bleiben Wenn Sie kein Interesse haben über diese Produkte Wir können also das anmachen alles Anmachen? Nee, ich will das ja kaufen bei Ihnen Okay Möchten Sie das kaufen oder nein? Ja, natürlich möchte ich das kaufen Okay Und ich möchte nur ein bisschen seriös bleiben Bitte In was möchten Sie bleiben? Warum Ich habe Ihnen gesagt Die erste Phase Um diese Medikamente Wie wirkt Sie sagen mir Ich muss mit meinem Großvater sprechen Ja Ist das schlimm? Haben Sie keine Familie Mit der Sie ab und zu mal sprechen? Sie sind im Job wahrscheinlich schwierig Mal zu Guck mal Also Was heißt hier guck mal? Ich habe Ihnen Ich habe Ihnen gesagt Damit Sie Ihre Problem Und dieses Ergebnis Für eine lange Zeit beizubehalten Und die Speicheraffekt zu bekommen Denn was zu bekommen? Ich kann nicht mehr Mit Spatzeneffekt Was? So Vogelgesangsperlen Da drüben Ja Ein paar Russische Zuckerblatt Bitte? Ein paar Russische Was Russische? Du Russische oder was? Nein, Russische, nein Warum redest du Warum redest du mit meiner Frau? Wer bist du? Ihre Frau hat bestellt Ihre Frau hat bestellt ein Produkt Welches Produkt? Und? Du hast nicht Ich habe Ihnen gesagt Hören Sie mich oder nein? Wo kommst du her Bratan? Sag mir Bist du von Indien? Also Wie bitte? Bist du von Indien? Neu da? Nein Wir sind Wir sind von Europäischen Union Das ist kein Land Verdammt Auf hier mit diesen Fantasiegebilden Hören Sie mich noch einmal Unsere Punkte sind in Deutschland Schweiz Österreich und so weiter Überall eingeschmuggelt ne? Bei der Grenze Und Sind Sie interessiert dieses Produkt zu kaufen oder nein? Natürlich Klar Fünf Stück Bitte Okay Soll ich Sie Adresse geben? Sie haben Einen Moment bitte Sie haben gar nicht geduld zu sprechen Ne Meine Zeit ist wertvoll Die kostet Drei Hühnerpunkte pro Minute Also Wie ich habe gesagt Ja Was denn jetzt? Hast du es vergessen oder was? Okay Nein, nein, nein Ich habe nicht vergessen Gib mir mal deinen Chef Das hat keinen Sinn Es ist ein bisschen schwer mit Indien zu spielen Sie brauchen nicht meinen Chef Doch gib mir mal deinen Chef Das bringt nichts Wie bitte? Sie brauchen meinen Chef? Ja Also Sie haben kein zu tun mit meinem Chef zu sprechen Na doch Ich möchte bestellen Okay Wir können machen mit mir Nein Ich möchte ich möchte mit seriöse Person sprechen Ich bin seriöse Person Sie sind keine seriöse Person Du hast meine Frau beleidigt Nein Doch Falsch Doch, komm her Wir machen Wir machen Messerkampf im Berliner Stadtbrunnen Wir ziehen uns beide aus und dann kämpfen wir mit McDonalds Plastikmesser Bis einer weint Also Das heißt Sie sind nicht seriös und ich muss das Ich bin Kasachischer Brunnenkämpfer Alter Seriöser wird es heute nicht mehr Okay Möchten Sie das Produkt kaufen oder nein? Ja klar Okay Basierend auf Ihre Informationen die Sie uns zur Verfügung gestellt haben das sind 27 Jahre alt ist es wichtig dieses Produkt für einen Zeitraum von eineinhalb Monaten bis zu zwei Monaten zu verwenden also ohne die Kurse unterbrechen damit Sie nicht nur die Gewicht und Wirkung 100% sehen können Aber was willst du machen die Kurtaxe berechnen? Du willst die Kurtaxe berechnen? Wir sind doch hier nicht im Hotel verdammt Wie viel kostet das? Sagen wir Ja also Peseta Rubel Euro Dollar Lira Gibt mir Preis Ich habe Ihnen gesagt dass die Grundkurs die Intensivkurs besteht aus sechsfachen Gert vierfachen Gert zwei kommen kostenlos nur für 196 Euro Das ist doch geschenkt Alter Nimm mich Zweimal bitte Daim in your two package from your geile Medikamente Pajaluster Kriegen wir das hin oder nicht? Hallo Kollege Hallo Tut mir leid mein Mann ist nicht immer der Netteste Bist du noch da? Kleiner Inder Ich glaube er hat aufgelegt sehr gut das ist für die 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 Vielen Dank.